Aus dieser Schnittvorlage heraus kommen strahlenförmig Linien. So, 36, gehen wir hier hoch. Und wenn das bei der ersten Anprobe so gut passt, dann spart das Zeit und Ärger. Dieses Video ist ein Werbevideo für Lutterloh. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei DIY Inspiration, Neh mit mir und bei Lutterloh Pattens auf dem Kanal. Und ich habe Frank Lutterloh heute bei mir zu Besuch. Du zeigst uns heute was. Ich zeige euch heute, liebe Eva, wie du dir mit ganz einfachen Mitteln Schnitte nach deinem persönlichen Maß aufzeichnen kannst. Und du brauchst überhaupt keine Vorkenntnisse. Also das können selbst Anfänger, die noch nie was mit Schnittmustern zu tun gehabt haben. Also wenn du ein bisschen Nähkenntnis hast und dann deine eigene Kleidung damit machen möchtest, dann kann ich dir diese Vorstellung wärmstens empfehlen. Super. Laura auf dem Näh mit mir Kanal hat ein bisschen mehr Ahnung vom Nähen als ich. Ich gebe das zu, Leute. Ich bin nicht die Nähexpertin. Bei mir eher bei Tolle Wolle vorbeischauen oder bei DIY Inspiration für alles andere, was mit DIY zu tun hat. Aber wenn es ums Nähen geht, dann sind wir bei euch richtig. Deswegen, was gibt es? Es ist der goldene Schnitt. Ist ja auch bekannt mittlerweile in Deutschland. Das gibt es schon seit 1935. Aber nicht nur dieser Begriff in Verbindung mit der Schneiderei ist bekannt, sondern der goldene Schnitt. Das ist auch eine Formel. Mathematik? Ganz genau. Für die Mathenerds. In der Kunst wird die gerne angewandt. Die gibt es auch schon seit vielen Jahren, seit Jahrhunderten schon. Es gibt also eine ganz berühmte Zeichnung von Leonardo da Vinci. Das ist der Mann im Kreis. Wundervolle Zeichnung. Der ist sogar auf der italienischen 1-Euro-Münze drauf. Das ist der goldene Schnitt. Besagt, dass sich im menschlichen Körper Maße wiederholen oder in einem ganz bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Und auch überall in der Natur, richtig? Ja, auch bei Pflanzen, bei Bäumen, bei Blumen. Also wie gesagt, Muscheln auch. Das ist also so eine Gegebenheit, die man immer wieder anfindet. Und es ist super ästhetisch. Man hat dadurch diesen Eindruck, dass es eben super ästhetisch ist und wunderschön. So ist das. Und wir haben das übernommen in die Schneiderei. Eure Großmutter, richtig? Die hat das damals gemacht, 1935, sehr schlau. Und die hat tatsächlich das geschafft, also diese Kenntnisse mit in die Schneiderei zu übertragen. Und hat ein System entwickelt, dieses Lutherlo-System eben, mit dem es tatsächlich möglich ist, mit nur zwei Maßen des menschlichen Körpers Maßschnitte anzufertigen, die nahezu perfekt passen dann auch. Egal, ob man jetzt eine Konfektionsgröße hat oder nicht. Klingt super interessant, super spannend. Und du misst jetzt bei mir gleich? Genau, ich zeige dir das gleich. Und zwar führe ich das mal gerne vor anhand einer klassischen Damenweste. Das ist ja so ein Kleidungsstift, wo erwartet wird, dass es gut sitzt. Und da sieht man dann auch die Unterschiede zwischen Ober- und Hüftweite. Nicht jeder Mensch hat ja eine Konfektionsgröße. Und den Schnitt zeichne ich jetzt mal für dich, sodass er dir also wie angegossen fassen wird. Sehr schön. Könnte ich auch gut hier drüber tragen direkt. Ja, das stimmt. Dann nehme ich jetzt mal die beiden Maße. Wie gesagt, das geht ja nur mit zwei Maßen. Oberweite und Hüftweite nehmen wir zum Schneidern. Bitte nimm mal die Arme hoch. Genau. Da geht es jetzt bei Maßen hinten über die Schulterblätter und vorne über die stärkste Stelle. Wenn du die Arme jetzt bitte runter nimmst. So, dann haben wir jetzt bei dir die Oberweite 104. Ja. Und die Hüftweite nehme ich auch über die stärkste Stelle. Das ist immer wichtig, dass schön über die stärkste Stelle gemessen wird. Arme runter? Wir haben ja nur die beiden Maße. Ja, bitte. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir hier die 110. Dankeschön. Sehr schön. So, das sind die beiden wichtigen Maße. Oberweite 104 und die Hüftweite 110. So, und jetzt zum Zuschneiden haben wir Schnittvorlagen. Da gibt es jetzt hier für die Weste zwei Schnittvorlagen. Wir haben ein Vorderteil und ein Rückenteil. Das findest du hier. Schau mal, da ist das Vorderteil und hier das Rückenteil. Und dann mache ich jetzt mal hier für dich das Vorderteil. Genau, und das gibt es dann mit ganz verschiedenen Modellen. Ganz genau, da gibt es also hunderte, sogar tausende verschiedene Schnittvorlagen. Also für die gesamte Garderobe, vom Bademantel bis zum Hochzeitskleid. Können sich dann die... Fantastisch, kann ich mein Hochzeitskleid selber nähen. Muss ich nur noch von Laura vorher nähen lernen. Also das inspiriert dann auch zum Nähen natürlich. Weil wenn man sieht, wie einfach das sein kann, Maßschnitte sich selber aufzuzeichnen, das ist natürlich dann auch ein Erfolgserlebnis. Absolut. Also jetzt zeig dir mal, wie das geht. Du machst es erst mal so fest hier auf einem Bogen Papier, die Schnittvorlage. Wir teilen diese kleinen Schnitte als Schnittvorlagen. So, das habe ich mal festgemacht. Und jetzt ist das Herzstück unseres Systems dieses Maßband. Ich habe mich schon gefragt, was hier noch mit dran ist, Leute. Genau, das ist eigentlich ein normales Zentimetermaßband. Aber wir haben hier an einer Seite eine Spezialskala befestigt. Und da siehst du auf der Skala ja zwei verschiedene Zahlen rein. Hier links am Rand die schwarzen Zahlen von 0 bis 8. Das sind da einfach nur die Zentimetereinheiten. Die werden an dem Maßband fortgesetzt. Das geht dann weiter bei dem gelben Maßband hier bis zu 150. So lange ist das Maßband. Und die Zahlen sind momentan auch gar nicht wichtig. Aber die ganz wichtigen Zahlen hier auf der Spezialskala, das sind die kleinen roten und schwarzen Zahlen am rechten Rand. Das geht unten los mit der kleinen roten 50. Und dann geht das immer in Zweierschritten hoch bis zu der schwarzen 140. So, und das sind die oberen, die Hüftweiten, mit denen hier zugeschnitten werden kann. Jetzt wird oft gedacht, die eine Farbe steht für die Oberweiten, die schwarze für die Hüftweiten. Natürlich nicht, das haben wir nur so gemacht, damit es einfacher geht, dann mit den Linien und den Zahlen zurecht zu kommen. Also die Oberweite und die Hüftweite, die kann rot oder schwarz sein. Zum Beispiel bei dir hatten wir gemessen die 104 Oberweite. Da suche ich mir die gleich mal hier in der Skala. Und zwar ist das jetzt hier eine kleine schwarze Zahl. Und da ist ein Pfeil, der zu der Zahl zeigt. Und genau hier auf dem Pfeil habe ich auf der Skala so eine Perforation. Da stecke ich eine Nadel ein. Und jetzt habe ich das Oberweitenmaß fixiert. Und unsere Schnittvorlagen, die haben alle ein Kreuz. Das ist der wichtige Punkt, wo dann immer eingesteckt wird. Und das mache ich jetzt hier mit einem Oberweitenmaß. Das stecke ich exakt in das Kreuz ein. So. Und jetzt lässt sich nämlich das Maßband mit der Skala sehr schön frei um die Schnittvorlage herumdrehen. Und jetzt siehst du ja aus dieser Schnittvorlage heraus kommen strahlenförmig Linien. Auf jeder der Linien steht eine Zahl. Und dann nehme ich jetzt einfach mal die Skala und lege sie an eine dieser Linien an. Gerade so, dass die Skala die Linie berührt. Das tut sie jetzt hier. Ja. Ich halte das Maßband schön gerade. Das ist mir wichtig, dass das Maßband gerade gehalten wird. Ja. So, und jetzt steht auf dieser Linie die 18. Das heißt, bei 18 Zentimeter einfach nur einen Punkt auf dem Papier setzen. Richtig faszinierend. Also das können wirklich auch Kinder. Dann geht es zur nächsten Linie. Ich lege das wieder genauer an, halte das gerade. Die Zahl sagt mir immer, wo der Punkt gesetzt wird. Und der Punkt immer auf der Seite, wo die Nadel steckt und wo die Zahl steht. Da wird der dann gesetzt. Ich mache mal den nächsten, okay? Okay. Okay, dann haben wir hier die 15 stehen. Genau. Ich gebe es zu 15. Das hier, richtig? Richtig. Und dann mache ich den Punkt. Nein, schön groß. Dann wird er gut gesehen. Ja. Zu Hause kann er ruhig kleiner sein. Aber jetzt hier für Zwecke ganz genau so. Ja, da ist er. Genau. Dann gehen wir zur nächsten Linie. Das ist die 19. Ganz so groß muss er nicht sein. Ein bisschen übertrieben. Ja, und hier 33. 33. Da geht es weiter hier hoch. Kannst du gleich weitermachen, oder? So. Und dann 35. 35 haben wir hier. Und du machst das zum ersten Mal. Ich mache das zum ersten Mal, Leute. Willst du das Maßband auch noch ein bisschen hin und her bewegen? Ja, dann wechseln wir jetzt. Ich gehe einmal rüber. Okay. Dann nehme ich das Maßband. Das kann es auch sein. Ich mache doch gleich alles. Ja. 36. So, 36. Gehen wir hier hoch. Und ich habe hier die 36. Ich bin arbeitslos. Und hier haben wir dann 37,5. Ja, schau, dass es genau anliegt. Du bist noch nicht ganz dran. Ja, bin nicht ganz dran, ne? Ja, so ist gut. Vier Augen sehen immer mehr. Und schön. Und nimm dir Zeit, weil gerade am Anfang 5. Ja, 37 ist hier, ne? Das ist der halbe Zentimeter. Hier sind wir richtig. So, und jetzt kommt eine Linie mit einer Zahl. Aber die Linie ist nicht mit der Schnittvorlage verbunden. Und da fragt man sich, wo ist denn jetzt der Punkt, der zu der Linie gehört? Der befindet sich nämlich im Schnitt. Das ist der Abnäherpunkt. Aber den bekommst du genauso. Leg mal einen anderen an die Linie. Genau so, wie es mit den anderen Linien gemacht wurde. Genau, ich bin dran. Und da ist er schon. Das macht Sinn. Das ist der Punkt für den Abnäher. Der kann dann später hier eingezeichnet werden. Damit das Ganze auch gut sitzt. So, dann sind wir bei der 19,5 als nächstes. Ja, perfekt. Da haben wir hier. Ne, das ist schon die. Doch, das ist hier. Da ist es. Ja. Und dann. Ich habe gerade das Blatt ein bisschen verschoben. Aber ich glaube, das macht nichts. Das bewegt sich alles mit. Das ist ja befestigt. Ah, das ist gut. Das ist ja befestigt. Da kann nichts passieren. So, dann haben wir hier die 19. Und dann noch die beiden unten. Ja, aber da ist es jetzt ganz wichtig. Und da wechseln wir mal wieder. Ja. Weil es ist ja beim goldenen Schnitt so, wir haben zwei Maße. Die Oberweite und die Hüftweite. Und da ist es eben jetzt ganz wichtig, dass alle Punkte oder alle Schnittteile, die auf der Taille liegen. Wie dieser 18er Punkt, mit dem habe ich ja begonnen. Der liegt ja genau auf der gestrittenen Linie. Das ist die Taille. Auf der Taille und oberhalb der Taille nimmst du immer dein Oberweitenmaß. So, wenn du jetzt aber Schnittteile oder Punkte machst, die unterhalb der Taille liegen, dann ist es wichtig, ins Hüftweitenmaß umzustecken, damit der Schnitt dann auch passt. Und das mache ich jetzt. Dann nehme ich jetzt einfach die Nadel heraus aus deiner Oberweite 104 und suche mir die Hüftweite 110. Schau, da haben wir die. 110 ist jetzt hier eine rote Zahl. Der rote Pfeil ist hilfreich, dass man da nicht ins falsche Loch einsteckt. Da stecke ich ein bei 110. Und natürlich geht es zurück wieder in das gleiche Kreuz. So, und jetzt arbeitet das System nach dem Hüftweitenmaß. Und da mache ich jetzt gerade mal weiter hier unterhalb der Taille. Ich lege die schön an. Wieder gerade halten. Das ist immer ganz wichtig. 20 haben wir hier. Und immer auf der Seite, wo die Nadel steckt und wo die Zahl steht, da mache ich den Punkt 21. So, und dann noch den letzten Punkt. Den mache ich hier mit der 26. Das war es dann auch schon, was das Punktesetzen betrifft. Ich kann das Maßband mit der Skala herausnehmen. Und du siehst jetzt schon ganz klar die Umrisse, die Kontur von dem besten Vorderteil. Und jetzt rate mal, was als nächstes kommt. Jetzt wird das Ganze verbunden. Ganz genau so ist das. Das wird noch nicht ausgeschnitten. Da habe ich hier ein ganz tolles Hilfsmittel. Das ist hier ein Schneiderkurvenlineal. Das ist auch von unserer Firma. Und wir machen das ja schon seit fast 90 Jahren jetzt. Also da steckt viel Erfahrung drin. Du siehst das auch gleich, wie schön das geht bei den Rundungen. Das ist das Schneiderlineal. Und damit zeichne ich jetzt hier den Schnitt aus. Bei den Geraden ist es ja ganz einfach. Da werden immer zwei Punkte mit einer Linie verbunden. Und dann bei den Rundungen. Da achtest du darauf, dass du mit dem Lineal immer mindestens drei Punkte auflegst. Das geht auch gut. Schau mal hier. Da kann ich sogar gleich vier Punkte auflegen. Wunderbar. Und dann gelingt das auch. Fantastisch. Der Armausschnitt. Super. Weil das ist gar nicht so einfach. Ohne die richtigen Hilfsmittel ist das nicht so einfach. Aber hier mit dem Schneiderlineal geht das. Prima. Dann noch der Halsausschnitt. Auch hier kann ich wieder drei Punkte auflegen. Es ist ja eine Rundung. Und du erinnerst dich an den Elberpunkt. Das ist ja der Punkt für den Abnäher. So, da haben wir jetzt zwei gerade Linien, so wie es auf der Vorlage auch zu sehen ist, auf den Punkt gezogen. Und schon habe ich hier den Abnäher im Schnitt. Oben dann noch die Zugabe für den Stoff. Nicht vergessen. Genau, nicht vergessen. Und schon habe ich hier deinen persönlichen Maßschnitt. Das geht so schnell. Ich bin richtig fasziniert. Also richtig, richtig schön. Und du hast da mitgewirkt. Ja. Also wirklich auch aktiv. Ich habe die Punkte gemacht. So, und jetzt bin ich aber noch nicht ganz fertig. Es sind ja noch wichtige Details hier im Schnitt. Und die übertrage ich jetzt. Da fange ich mal an mit der Taille. Die siehst du hier. Die gestrichelte Linie. Da habe ich den 18er Punkt als Orientierungshilfe. Die verläuft hier quer durch den Westenschnitt. Und dann haben wir die vordere Mitte. Die verläuft hier auf diesen Punkt. Den habe ich mit der 19,5 gesetzt. Ah, ja. Gibt immer diese Anhaltspunkte. Kann auch übertragen werden. Vordere Mitte hier. Oder auch die Knopfleiste ist das. Hier im Schneiderlineal habe ich dann auch gleich vier verschiedene Knopfgrößen. Das ist auch recht gut. Um schon mal zu sehen, wie viele Knöpfe hier gut aussehen. Und das ist natürlich Geschmackssaal. Vielleicht willst du ja größere oder kleinere Knöpfe haben. Mehr oder weniger. Das entscheidest du. Ja. Die Abstände, die werden dann noch zu Hause genau abgemessen. Wir haben auch so ein ganz tolles Instrument. Ich habe es jetzt heute nicht dabei. Das ist wie so eine Ziehharmonika. Die zieht man auseinander. Und dann sind da so Stäbe. Und dann hat man immer genau die gleichen Abstände. Das ist auch sehr hilfreich. Sehr, sehr praktisch. Jetzt geht es ja um die Passwort. Ja. So, dann der Fadenlauf. Der verläuft parallel zur vorderen Mitte. Ja. Dann unter dem Armausschnitt. Das ist das kleine A. Das ist ein Zusammensetzzeichen. Das siehst du auch unter dem Armausschnitt des Rückenteils. Ja. Und das hilft dann später, wenn du die Teile zusammennähst. Da gehst du in alphabetischer Reihenfolge vor. A auf A, B auf B und so weiter. Was jetzt noch fehlt, ist der Taillenabnäher. Der ist hier im Originalschnitt sehr schön zu sehen. Aber jetzt ist es ja so, dass der Leibumfang ist ein variables Maß. Das lässt sich so genau nicht bestimmen. Das ist so. Ich merke das bei mir. Da bin ich manchmal abends mehr als morgens. Das ändert sich ja sogar täglich manchmal. Und da empfiehlt es sich, das dann später im Stoff genau abzustecken. Nach Bedarf. Und ich zeichne jetzt aber schon mal die Position hier ein. Der Abnäher verläuft ja parallel zur vorderen Mitte. Das sieht man ja. Und auf den Brustabnäherpunkt zu hier, da ist jetzt die Position für den Taillenabnäher. Und da werde ich später dann auch für dich bei der Anprobe mit der Nadel etwas abstecken. Und wenn du da kein Abnäher haben möchtest, dann kannst du dir noch ganz weglassen. Jetzt, wenn du fertig bist, ganz wichtig, dann nimmst du die Vorlage vom Papier. Hier, wo die Nadel gesteckt hat, das kleine Einstiegsloch immer gleich markieren. Ich komme darauf noch zu sprechen. Der Punkt ist wichtig. Okay, den merken wir uns. Das erkläre ich dir dann gleich noch nach der Anprobe. Jetzt schneide ich den Schnitt mal aus und dann können wir die Anprobe vornehmen. Und das gibt es bei euch auch nicht nur für Damenkleidung, das gibt es auch für Herrenkleidung, richtig? Für Herren, für Kinder auch. Wie gesagt, da gibt es tausende verschiedener Schnittvorlagen, die du dann genau auf diese Art und Weise immer aufzeichnen kannst. Es gibt auch noch viele Erklärvideos dann auf unserem Kanal. Also eine gute Sache, die Nahtzugabe ist hier jetzt nicht dabei. Da gibt man noch so ein bis zwei Zentimeter dazu. Das ist ohne Nahtzugabe. Und wir haben auch eine tolle Facebook-Gruppe. Soziale Medien sind ja immer wieder beliebt und gefragt. Und da ist unsere Gruppe mit 18.000, über 18.000 Mitgliedern auch sehr aktuell und populär. Und ich kann nur empfehlen, falls sich jetzt jemand hierfür interessiert, der Gruppe beizutreten, wenn sie auf Facebook oder wenn du auf Facebook bist, dann einfach Luthorlo-System international. Das ist auch relativ leicht. Wir bringen euch das auch alles unten nochmal mit rein. In die Beschreibung gibt es auf jeden Fall Links für euch. Gibt es viel zu entdecken und bestimmt auch viel Austausch. Viele Tipps und Tricks. Täglich wird da gezeigt. Das sind Hobbyschneiderinnen und die zeigen ihre Modelle mit Stolz und die gelingen auch wirklich gut. Das ist ja auch das Schöne daran. Also man hat halt direkt super einfach Erfolg. So ist das. Das finde ich immer so richtig schön bei solchen Dingen. Ja. Und da stecke ich jetzt hier ein bisschen mal was ab mit der Nadel für dein Talienmaß. Wie genau das ist, das können wir später. Das machst du dann mit Stoff. Aber jetzt schau mal, jetzt halte ich das mal hier an. Und wenn du bitte mal hier den Finger so anhälst. Ich halte hier den Finger hin. Das ist jetzt schön gerade. Der Halsausschnitt, die Schulterbreite millimetergenau. Armausschnitt, Seitennaht. Also so passt der Schnitt dann auch. Das ist ein Maßschnitt. Hier muss jetzt nichts mehr geändert werden. Und wenn das bei der ersten Anprobe so gut passt, dann spart das Zeit und Ärger. Weil das ist ja so, dass man manchmal mehr Zeit beim Versuch, einen Schnitt passend zu machen verbringt. Oder beim Abändern verbringt, als dann letztendlich beim Nähen. Das ist so. Gut zugeschrieben. Das habe ich schon oft gehört. Das ist halt genäht. Das ist ja auch ein wahrer Spruch. Jetzt ist es aber so. Jetzt haben vielleicht die Zuseher zu Hause, die sich jetzt das Video ansehen, sich überlegt, Moment mal, jetzt mit nur zwei Maßen, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Ich weiß, meine Schwester oder meine Freundin hat genau die gleichen Maße wie ich. Zentimeter genau. Die ist aber im Kopf größer. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Und da spricht man eben in der Schneiderei von der langen oder kurzen Taille. Und auch bei unseren Schnitten kann das durchaus mal sein, dass man bei der Anprobe feststellt, hoppla, die Taille, die ist nicht genau da, wo sie eigentlich sein soll und sollte noch angepasst werden. Und dann machst du das folgendermaßen und genau aus diesem Grund solltest du immer das kleine Einstiegsroch markieren, wo die Nadel gesteckt hat. Weil da wird das dann gemacht. Du ziehst also eine Linie durch das Kreuz, parallel zur Taille. Und angenommen, die Taille war etwas zu kurz und soll verlängert werden, dann nimmst du eine Schere, schneidest hier den Schnitt durch im Kreuz, öffnest ihnen das entsprechende Maß, das kannst du genau abmessen, klebst einen Schreifen Papier an und verbindest die Linie wieder. Bei der kurzen Taille wird das dann eben hier an dieser Stelle eingefaltet. Und du siehst, wenn du das hier machst, behältst du die Form des Schnittes. Diese Linien laufen nach wie vor gerade. Hier oben wird überhaupt nichts verändert, wo alles sehr schön gepasst hat. Und diesen Winkel habe ich genau in die Taille gelegt, wo er hingehört. Weil würdest du das hier machen im Taillenbereich, dann verlierst du die Form des Schnittes. Also das machst du immer da, wo die Linien möglichst parallel verlaufen. Aber das ist halt dann gut in unserer Anleitung beschrieben. Und das ist dann, wenn man eben einen längeren oder einen kürzeren Oberkörper hat, kann man das dann mit genau stellen. Da werden die Längenanpassungen dann vorgenommen bei den Hosen und Röcken, dann auch im Kniebereich, wo die Linien möglichst parallel verlaufen. Und wie gesagt, das ist dann gut beschrieben auch in unserer Anleitung oder in den Erklärvideos. Geht ganz einfach. Schau mal, hier ist so ein Lehrwerk von den 40er Jahren, um mal zu sehen, wie lange das System schon auf dem Markt ist. Damals nur in Deutsch. Mittlerweile gibt es ja in 17 verschiedenen Sprachen. Aber da hast du auch schon damals die Modelle gehabt. Schwarz-Weiß, immer mit Erklärung dann auch dazu. Richtig schön retro. Ja, zu welchem Anlass das immer getragen werden kann. Also hat sich die Großmutter sehr viel Mühe gegeben. Und hinten waren dann immer die verschiedenen Schnittvorlagen. Die hat man sich dann rausgetrennt. Und da auch wieder Kreuzlinien und Zahlen. Und konnte sich das dann vergrößern. Genau. Im System hat sich nichts geändert. Nur die Mode, die ändert sich ja ständig. Und mittlerweile haben wir das jetzt hier als schönes Lehrwerk. Das sieht so aus. Und hier eben ist alles drin, was man zum Zuschneiden nach dem goldenen Schnitt benötigt. Ganz wichtig natürlich, das Maßband. Ohne das geht es ja nicht. Das ist ja auch schon mit dabei. Selbstverständlich das Original. Und da gibt es dann auch eine lebenslange Garantie darauf. Das ist zwar ein gutes Material. Und das geht auch nicht so schnell kaputt. Das kann man biegen. Schau mal, da passiert nichts. Aber sollte mal was damit passieren, dann schickst du es einfach nach Lindau zu unserem Verlag. Und kriegst sofort ein neues, damit du immer damit arbeiten kannst. Dann ist ein Filzschreiber mit dabei. Nadel, Tesafilm. Kannst du dann gleich loslegen. Hier nochmal ein faltbares Kurvenlineal. Das lasse ich jetzt mal stecken. Ist doch ein bisschen dünn. Hat aber die gleiche Form wie das Acryllineal. Und dann nochmal ganz ausführlich und wirklich gut beschrieben. Hier Schritt für Schritt, was ich gerade gezeigt habe. Das Vorwort der Firmeninhaberin, unserer Mutter. Dann geht es los mit dem oberweiten Maß, hüftweiten Maß. Schritt für Schritt wird das gut erklärt mit Bild und Text. Wo du dann die Vorlage auf dem Papier befestigst. Wie du das Maß in der Skala fixierst. Es wird in das Kreuz eingesteckt. Die Punkte auf und oberhalb der Taille machst du mit dem oberweiten Maß. Unterhalb der Taille mit dem hüftweiten Maß. Dann beim Punkte verbinden darauf achten, dass du drei Punkte auflegst. Beim Teilen in der Rundungen. Wie dann der fertige Schnitt auf dem Stoff ausgelegt wird. Unter Berücksichtigung des Fadenlaufs. Die Nahtzugabe nicht vergessen. Genau, da kommt die noch dazu, die Nahtzugabe. Dann ein paar Worte zum goldenen Schnitt. Zur Proportionslehre. Und jetzt ganz wichtig ist diese Seite hier. Das ist die Zeichenerklärung. Da empfehle ich die Seite rauszunehmen. Zu kopieren und neben die Nähmaschnitt zu legen. Dann hast du es immer gleich bei der Hand. Sehr praktisch, guter Tipp. Ganz genau, weil gerade wenn du anfängst, mit diesen Schnitten zu arbeiten, dann wird dir häufig mal ein Buchstabe begegnet oder ein Symbol, wo du nicht weißt, was es bedeutet. Dann schaust du hier nach. Da siehst du Reißverschluss, Besatz, Gummizug, Steppelinie, Kräuseln. Wir haben Modelle für schlanke Figuren empfohlen. Wir haben Modelle für stärkere Figuren empfohlen. Dann haben wir viele Modelle auch für dehnbare Stoffe. Da gibt es dann auch wieder das Symbol, dass du da einen dehnbaren Stoff nimmst. Das ist also schon eine wichtige Seite. Dann haben wir hier ein paar praktische Tipps für die Hobbyschneiderin, wie du Haken, Ösen, Knöpfe annähst, Taschen einarbeitest, Ärmel und Manschetten. So ein paar Nähtipps. Eine Strickanleitung gibt es auch noch hier, weil ja viele Modelle auch für dehnbare Stoffe oder für Strickstoffe gemacht sind. Jetzt kommt der schönste Teil und der wichtigste Teil in diesem Lehrwerk. Das ist dann die Kollektion mit gleich 280 verschiedenen Modellen. Fantastisch. Das sind schon mal über 1000 Schmutzvorlagen. Das sind auch richtig zeitlose Modelle. Ja, es sind zeitlose Modelle dabei, es sind aber auch sehr moderne Modelle dabei. Für jede Jahreszeit, für jeden Figurtyp findest du da was. Und immer auf der Rückseite dann die entsprechenden Schnittvorlagen. Immer mit dem Kreuz, den Linien und den Zahlen. Und da kannst du dir aussuchen, du brauchst nichts abzuändern. Irgendwo findest du sicher ein Kleidungsstück, was dir zusagt. Mir sagt das alles direkt zu. Ja. Du kannst direkt hierbleiben, du machst mir die. Ja, okay. Kann man dann, ich finde das, einer nimmt und einer macht den Schnitt. Ja, das ist alles super schön. Vom Bademantel bis zum Hochzeitskleid. Also wirklich ganz tolle Modelle. Richtig faszinierend. Und Grundschnitte findest du hier auch. Sogar Vintage ist mit dabei, wird immer wieder gefragt. Wir haben für Kinder Modelle drin und für Herren, aber nicht sehr viele. Es gibt dann zusätzlich, hier sitzt gerade mal ein Herrenmodell. Genau, wollte ich gerade fragen, gibt es dann auch für Herren nochmal eigene Werke, eigene Zeitstücke? Ja, ganz genau. Für Kinder und Herren haben wir dann diese Ergänzungshefte. Das sieht dann so aus. Die kann man sich dann auch bestellen über den Verlag. Und im Kinderheft sind dann auch gleich mal über 50 verschiedene Modelle für Kinder, für Jungs und Mädchen bis zwölf Jahre drin. Und ebenso für Herren gibt es dann auch nochmal eine Kollektion mit ganz tollen Herrenmodellen. Und wenn sich die Mode dann ändert so über die Jahre? Da gibt es dann immer wieder alle drei Monate und das auch schon seit 1935 Ergänzungshefte. Also Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Das ist jetzt hier ein aktuelles Heft. Das ist Heft Nummer 330. Und da hast du es genauso wieder auf der Rückseite dann die dazugehörigen Schnittvorlagen. Und kannst du da auch immer im Internet sehen, was es Neues gibt. Und das kannst du separat bestellen oder auch abonnieren. Und so bleibst du immer auf dem Laufenden. Total faszinierend. Viele Sachen sind ja grundsätzlich auch zeitlos. Vieles kommt auch wieder in der Mode immer. Genau. Viele Schnitte. Da sind auch viele klassische Sachen drin. Sehr schön. Aber angenommen, du willst jetzt mal hier ein Modell machen, dann öffnest du es einfach hier. Die Ringmechanik lässt sich ganz einfach öffnen, nimmst die Seite raus. Auf der Rückseite hast du dann auch die entsprechenden Schnittvorlagen. Am besten du kopierst die dir vorher. Dann kannst du sie auch ausschneiden. Dann passiert mit dem Original nichts. Und kannst auch das verstärken mit Tesafilmen, da wo die Nadel eingesteckt wird. Und wenn du fertig bist, einfach wieder einhängen. Und das kannst du hier neben die Nähmaschine stellen. Sehr praktisch, dass der Roller auch direkt dabei ist. Das ist auch praktisch. Und das nimmt auch nicht viel Platz in Anspruch, wenn du jetzt mal überlegst. Auf so wenig Raum hast du dann gleich mal 280 verschiedene Schnitte. Fantastisch. Und mehr. So, und eine Frage natürlich noch. Wie ist das, wenn man Maße hat, die halt über die 140 hinausgehen? Das ist eine gute Frage, Eva. Das ist tatsächlich so, dass wir oft darauf angesprochen wurden von unseren Kundinnen. Warum wir nicht auch mal was für die extra großen Größen anbieten. Und das haben wir dann gemacht vor einiger Zeit. Und da sind wir eine der wenigen Firmen weltweit, die sowas überhaupt anbieten für ganz große Größen. Funktioniert genauso. Das System ist auch in der weißen Ringbuchmappe wie das reguläre System. Nur hier ist es so, bei unserem XL-System, da hast du eine blaue Skala. Die siehst du hier jetzt mal auf dem Vorführwestenblatt. Ah, hier ist sie weiß. Genau, da ist sie dran befestigt. Und die geht dann bei 110 los und dann eben bis 170. Und das funktioniert dann auch für Oberweiten und Hüftweiten bis 170 Zentimeter. Nur ist es bei der blauen Skala so, du kannst diese blaue Skala nicht bei den gelben Schnittvorlagen verwenden. Da gibt es hier spezielle Schnittvorlagen, die sind dann blau unterlegt. Die hast du hier auch in dem Lehrwerk drin. Da ist alles dabei, wie bei dem regulären, auch die ganzen Anleitungsseiten und die Nähanleitungen. Hier die wichtige Zeichenerklärung. Und dann haben wir eben hier die Modelle und auf der Rückseite dann die blau unterlegten Schnittvorlagen. Und die werden dann empfohlen. Da kann man schon ab einer Oberweite von 130 mit dann arbeiten bis 170. Und da gibt es auch eine schöne Auswahl. Nicht ganz so umfangreich wie beim regulären System, aber auch schon eine tolle Auswahl, die du dann auch aufs Maß schneidern kannst. Und die passen wirklich ganz, ganz, ganz gut. Sehr schön. Und für Jungs und Herren hattet ihr auch Sachen, richtig? Ja, da haben wir ja das Herrenheft und das Kindermodenheft. Hier allerdings jetzt nicht für XL, die gibt es nur für die regulären Maße dann bis 140. Und also hier das Kindermodenheft. Da sind dann gleich mal 50 Modelle für Jungs und Mädchen. Bis zwölf Jahre. Sehr schön. Und bei den Kinderheften ist, bei den Kindermoden ist es so, du hast hier hinten eine Tabelle drin. Da funktioniert das folgendermaßen, ist es auch hier genau beschrieben. Du nimmst das Oberweitenmaß des Kindes. Und mal angenommen, du misst jetzt die Oberweite 60, dann wird dir ein Alter von vier Jahren vorgegeben. Jetzt mag das Kind vielleicht erst drei oder schon fünf Jahre alt sein. Du gehst aber mit dem Alter, was du über die Oberweite bekommst. Also in dem Fall wären das dann die vier Jahre. Und dann schaust du hier, dann gibt es natürlich verschiedene Modelle, die dann für bestimmte Altersgruppen eben gemacht sind. Und die nimmst du dann auch, aufgrund der Tabelle suchst du dann das richtige Modell aus. Sehr süß. Und für Herren haben wir dann auch nochmal eine Kollektion. Hier ganz aktuell die Herren-Kollektion Nummer zwei. Es gibt auch die Nummer eins auf unserer Webseite. Hier sind auch 50 Modelle drin, auch für verschiedene Jahreszeiten. Tolle Sachen. Ja, sehr schön. Und passen dann auch ebenso gut nach Maß. Ja. Doch, da gibt es dann immer wieder Möglichkeiten. Sehr schöne Sachen. So, und jetzt natürlich die wichtige Frage. Was kostet der Spaß? Ja, also wenn du mal schaust auf unserer Webseite, das komplette Lehrwerk, das bieten wir für 149 Euro an. Das ist schon mal ein sehr fairer Preis. Schau mal, was die Schnitte heutzutage kosten. Bist du auch gleich mal bei 10, 12 Euro für einen einzigen Konfektionsschnitt. Ist auch gut, wenn du das Glück hast, eine Konfektionsgröße zu haben. Aber die meisten Menschen haben eben keine Konfektionsgröße, da wird es dann schwierig. Und wenn du das mal hier verstanden hast, dann machst du es einfach nach deinen persönlichen Maßen. Das stimmt. Du hast Kleidung, die dir passt und dann ist das auch alles im Verhältnis gar nicht mal so viel. Sehr schön. Und zurzeit bieten wir auf unserer Webseite auch ein Spezialangebot an. Es gibt ja von unserer Firma nicht nur das Schneider-Lineal, mit dem ich jetzt gearbeitet habe, sondern wir haben auch ein ganz tolles Designer-Lineal, das jetzt speziell für Hosen und Röcke gedacht ist, für die Hüftkurven. Beide Lineale sind fantastisch. Das sind professionelle Werkzeuge. Und hier auf dem Cover, da siehst du dann auch, Entschuldigung, wie du dann damit vorgehst. Also immer darauf achtest, dann drei Punkte aufzulegen. Da gibt es das jetzt komplett mit beiden Linealen für 159 Euro, also nur 10 Euro mehr. Und du bekommst dann auch noch diese beiden professionellen Lineale dazu. Und Papier haben wir auch, wird ja auch mal gerne angefragt. Ganz tolles Papier. Ich habe es allerdings heute nicht dabei, aber man sieht es auf unserer Webseite, da sind immer 10 Meter auf so einer Rolle drauf. 70 Zentimeter breit, da kriegst du alles drauf. Lange Hosen, Kleider, Mäntel. Und da gibt es dann nochmal ein Angebot, das liegt bei 179, glaube ich. Einfach mal vorbeischauen auf der Webseite. Klickt euch durch, Leute. Also es sind faire Preise, wenn ihr wirklich damit arbeitet, das lohnt sich, ihr werdet Spaß haben und das passt halt auch gut. Und natürlich kleiner Tipp für euch, wir haben bestimmt auch noch einen Rabattcode unten für euch in der Beschreibung drin. Also auf jeden Fall unten in die Beschreibung gucken. Da sind auch die Websites drin, da ist Facebook drin. Weitere Links für euch, super spannendes Thema. Ich bin total fasziniert. Ich muss wahrscheinlich doch noch nähen lernen. Ja, natürlich. Oder du musst es mir nähen. Das ist ja jetzt der Trend. Oder Laura. Ich werde schon jemanden finden, der mir das näht. Vielleicht mache ich es auch selbst, Leute. Also, wenn es euch gefallen und Spaß gemacht hat, auf jeden Fall durchklicken und einen Daumen nach oben dalassen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Danke dir, Eva. Hat Spaß gemacht. Mir auch.